. . . . . . . . Ach ja, alle die laufen nur bei mir. Was sagst du? Erst mal Pause? Was? Jetzt ne Pause? Nee, nee. Jörg, mein... ...dass du ne Pause machst. Probier's. Ja, ich geb dir gleich ne Pause. Jetzt färre mal auf. Los, krall dir ne Karre oder so. Machst du dir jetzt? Ja, passt. Oder? Na ja. Na ja. Na komm, wenn schon... Hey, da oben ist was. Guck mal. Tja, was mal alles. Find ich, wenn man Scheiße machen will. Hehehehe. Was ist das? Alles da. Was ist da unten? Drogenpakete. Was ist da unten? Witz unten, feines. Ein T-Shirt-Shop. Ah, da hat er. Na, okay. Ähm, Obkriege. Machen wir... Angel... Angel ist auch nicht schlecht immer. Aber ich glaub, die sind die Hauptperson. Emi, alles zuerst. Emi, alles zuerst. Erstmal Kinsey. 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 I went out and they found me. Who? Who? Wait, don't answer that. I'll come help you get out. No, get into position and cover me instead. Right. Good bye, Stord. Yeah,疑逝... zulä, .. Ah, brauchst du den Bloodlagger. Typ ist so ehne Ami-Slotten... ...und dem kannst du wirklich,... ...grandios machen. Oh, da 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 Lol Hallo Fan War echt hier nichts Lol Du musst doch erstmal einparken Nein, ich geh gleich drauf Ach, mein Sprecherchen Machst du jetzt den Fan zum Korn? Ne Das läuft so Warte Warte Boah, der rennt immer nur weg, ey Hallo, ist der geil Ne, ne, fahr nur Ok Ich warte nur bis du Fan spawst Warte, warte Hm, ist er das? Soll ich was sagen, ich glaube in den Kommentaren werden einige Beschwerden sein, dass sicher ein Hardrock-Sender drin hat Warum? Keine Ahnung, die wenigsten mögen sowas Ja, ich bin zwar eigentlich total egal, aber... Eigentlich schon Wir lassen jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Bulle, was willst du denn? Was will ich denn du? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ich war ein bisschen Party mit meinen Freunden Ja man, ich hatte gerade einen Classic-Sender drin, während ich von den Bullen verfolgt wurde Wow Warte, 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 warte warte, warte So, nur kein Noti-dop, ne? Ha 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 ha! Alter, man kann mit Pistol An-Heli runterholen Ja, weiß ich schon, hab ich auch schon, hab ich mal gemacht. Naja, fast. Alter. Alter. Der lädt nicht nach hier. Das ist ja eine Kacke. Oh, hier ist wieder ein Zupacket. Na, komm her, Schnucki. Ach ja, schöne klassische Kacke. Was für mich? Na, nicht klassisch, nicht klassisch. Kein Fickgesicht da. Ich geh mal kurz ein bisschen shoppen. Oder so. Oder so. Aber kurz, mach mal verwecken. Wieder mal. Warte, ich weiß, ich habe gesehen, die Deckers kommen. Bleib mich sicher, okay? Schmeimbar. Du denkst, das wird es einfach sein? Natürlich ist das eine. Eww. 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 Ehh. Eww. Oh Gott. Schieß die Scheisse. Hä? Schieß die Scheisse. Finch. Dann kommen Auto, geh hoch. Genau. was du gehört, Simps. Ich bin Autoliebe noch. Boah, die scheiß kann gehen noch nicht hoch, ey. Kurz nachher an. Ja, ich so. Da, da, da. Könnt ihr zu uns? Ne. So. Schön, ne? Da geht der Flüstung. Oh, ja. Ah, schon besser. Das kennen wir ja irgendwo. Ah, schade. Kann man noch nicht lenken, die Raketen. Äh, äh. Ja, super. So sehe ich echt viel, wo ich entschießen soll. Ich sehe so gut wie Alex. Und du? Ich sehe auch nicht das viel mehr. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das musste einfach sein. Keine Chance. Oh, ja. Oh, und. Oh, mein Gott. Die Karte hat ja auch schon mal besser ausgesehen. Ja. Ich weiß. Ich hab gerade erst den Rass gelassen. Wie so ein Flipper. Guck mal, hier fährt noch. Nein. Äh, okay. Okay, ein halbes Leben haben wir noch. Was ist denn das? Oh, ha? Ja, ist überflogen. Die Mist. Das Auto. Ja, gut. Ich hab überhaupt nichts gesehen. Aber... Das ist ja egal, was? Ja, Mann. Voll... Ist ja egal, was? Martin. Das ist ja egal. Ich muss kurz hören. Ja, rechts waren wir noch eine Weiche. Das ist gut schön. Na super. Mhm. Mhm. Oh ja, ein bisschen Liebe machen. Okay, viel hätte er nicht mehr uns. Das ist ja egal. Okay, viel hätte er nicht mehr uns. Na los, Windrink zum Ziel, du wilde Crew. Na los, Windrink zum Ziel, du wilde Crew. Ah. Okay. Was spricht das Bargeld? Was spricht das Bargeld? Das Bargeld spricht... Oh. 42.000. 60.918 insgesamt. Ja, er kann sich sehen lassen. Hey, Verbesserung. Schauen wir mal. Bonis. Ja. Boni Respekt. Natürlich. Äh... Ja, Fähigkeiten. Bekanntheit Polizei. Juck mich nicht. Ich krieg... Ja. Tick auf die Fresse. Hoang Buggs, I've never had a shot. Mh so. Irgendwann her. Hier. Ach, guck mal nochmal. Guck mal in Deckel. Ich glaub, die vom Alter... Ich hab die nicht einmal drauf gemacht... Das schießt auf mich. So ein kleiner Wichser. Von der Form kommt wieder an. Die Wichser. Was hast du denn Bock? Ich habe noch eine Ahnung, wenn ich Schnuppe Erstmal ein Bullenauto Ja, was will ich denn mit dem Das Auto ist scheiße Zum Dicke Ähm, wir müssen wieder den Muni Shop Ja, keine Ahnung Ich wollte mir das Auto Muni Shop, wo ist denn der nächste Mann? I don't know, wer Ich bin T-Roy, du hörst auf K-12, das beste Radio in Stimco Oh Du hast die Karte Du hast die Karte Ich bin Spass, wo sind wir? Ich sehe meine ganze Karte Oh, ich bin Spass Okay, du hast zu irgendeinem Wach Ja, ich habe schon Oh okay Na, wenn dem so ist Ähm, du hast auch kein Geld da, oder? Dann würde ich vorschlagen wir kaufen uns ein bisschen die ganzen Häuser zusammen, die ganzen Hotels oder auch so ein bisschen. Dass wir mehr Einnahmen haben pro Stunde. Ich glaube das macht einiges aus. Ich hab keine Ahnung. Erstmal schon ein paar Waffenverbesserungen oder so da sind. Munition erstmal aufstocken. Wir haben gerade noch einen Brauil zurzeit nichts. Einfach verbessern. Oh das ist alles teuer. Dann Muni kaufen. Okay, werde mal fertig. Ich auch, ich hab jetzt explodierende Kugeln. Wie? Achso. Du hast die dicken Pistols. Was? Okay. Mobilien-Code. Erstmal da vorne hin. Wo denn? Ähm Bekleidungs-Ding jetzt. Hä? Einfach geradeaus. Und da. Planet Saints. Weißt du was? Der kriegt noch einen fetten Headshot reingedrückt. Was? So, jetzt hab ich auch nur noch 5000 oder so über. Ah, ich hab noch 30. Jetzt hab ich noch 7000. Naja, Shopping hab ich jetzt kein Bock. Ist die gerade da? Ich höfst dir mein neues Outfit an. Ich, 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 ich. Hä? Jo, n***a. Äh, nie, Pell. Okay, das nächste. Das hier. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Leuchteck bei uns hinten. Ne, vorsteck. Na, da. Scheiße, das war's für. Jo. Und da ist es ja. Und da ist ein Fan. NEIN! Was, lang dran? Jaaaaaa. Ah, muss ich schon warten. Thunder Pump. Aha. Oh, nicht den Schatz, ey. Oh, hier hast du eine Banden-Operation. Echt? Wollen wir da kurz mal reinplatzen? Na klar, sicher. Ja, das heißt, einfach mit RPG drauf warten. Fertig. Na, super. Fuck, ja. Wenn wir RPG drauf halten. Problem? Nope. Ach ja, der Fanny ist wieder da. Fanboy. Genau, ein RPG-Ding hinten. Ja, los. Sehr nice. Na los, Fer. Loll, Loll. Hast du schon? Wir haben gerade unseren Fern-Goal. Nee, ist nicht. Aber eigentlich nicht. Loll, die mir den Scheiß-Hemann da... Gibt's ja nicht. Ich bin etwas down. Ich muss kurz in den Waffen-Shop. Oder irgendwo rein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott, ey. Dieser Scheiß... Dicke... Typ, ey. Aber es geht doch drauf, ey. Wie fällt denn der aus? Nein, Alter. Jetzt bin ich tot. Darauf trinke ich erstmal einen Schluck. Ähm... Mir wird auch gleich zu gehen. Aber ich snack mir einfach mit dem Auto. Und fahr zu dir hin da. Nein, nein, nein. Nicht drauf gehen. Ich schaff's nicht mehr. Nein, egal. Ich bin tot. Stille.